Borussia Dortmund steht tatsächlich im Champions-League-Finale, nachdem man auch im Halbfinal-Rückspiel bei Paris Saint-Germain mit 1 zu 0 gewinnen konnte. Und in diesem Video zeige ich euch, wie ihnen und Trainer Edin Terzic das gelungen ist. Schaut zunächst einmal noch gerne bei meiner Analyse zum Hinspiel vorbei, falls ihr die noch nicht gesehen habt, denn auf den ersten Blick war es auf beiden Seiten die gleiche Herangehensweise wie im Hinspiel. PSG mit viel Ballbesitz im 3-2-5 gegen Dortmund in einem Mittelfeldpressing im 4-1-4-1. Auch in Paris setzte der BVB hin und wieder auf ein hohes Pressing, zumindest in der ersten Halbzeit, um halt nicht nur im Mittelfeldpressing oder Abwehrpressing relativ tief zu stehen, sondern auch mal vorne Druck auszuüben und PSG vor Probleme zu stellen. Gut, also oft war das nicht der Fall, man war ja auch in Führung mit dem Hinspielergebnis und wurde das Pressing eben überspielt, ging PSG wie gewohnt vom 4-3-3 in das 3-2-5 als Offensivformation über. Dabei ließ sich häufig der linke Achter Fabian Ruiz halblinks in den Dreieraufbau fallen, wodurch Nuno Mensch dann hochschieben konnte und Mbappé in seinen geliebten linken Halbraum rückte. Dabei arbeiteten die Dortmund-Flügel rein oberflächlich wieder gut mit nach hinten mit, doch durch diese Anpassung seitens PSG ergaben sich für sie auch Vorteile in der Zuordnung. Ich habe es ja schon im Hinspiel kritisiert, dass der Nuno Mensch als halblinker Verteidiger im Dreieraufbau agiert hat. So war die Positionierung einerseits besser an die Fähigkeiten der Spieler angepasst, dass Mensch dann links die Breite besetzt hat, Fabian Ruiz mit einem deutlich besseren Passspiel dann als Aufbauspieler agiert hat. Aber andererseits ergab das auch Vorteile für PSG, was die Zuordnung der Dortmund-Spieler anging, denn grundlegend war den BVB-Spielern bis auf Can jeweils ein Gegenspieler, resultierend aus der PSG-Grundordnung im 4-3-3, wie wir es hier sehen, zugeteilt. Also die Flügelspieler jeweils an den gegnerischen Außenverteidigern, die eigenen Außenverteidiger an den gegnerischen Flügelspielern, die beiden Innenverteidiger am Stürmer, Sabitzer bei Fabian Ruiz, Fülkug am linken Innenverteidiger Beraldo und Brand am rechten Innenverteidiger Marquinhos. Die Pariser Doppelsex, die sich dann im 3-2-5 immer bildete, aus Vitinha und Zair Emery, hatte an sich keinen zugeordneten Gegenspieler, wurde aber meist von Can dahinter und den Deckungsschatten der Spieler davor zugemacht. Dabei hat es der BVB wie im Hinspiel gut gemacht und immer aktiv den ballführenden Gegenspieler angelaufen. Wir sehen hier, der Ball geht auf den rechten Innenverteidiger Marquinhos, Brand zieht dementsprechend raus, läuft ihn an, Emre Can hingegen rückt auch auf, füllt dessen hinterlassene Lücke auf. Brand verhindert auch mit seinem Deckungsschatten den Pass ins Zentrum, während der Ball dann verlagert wird auf den zentralen Innenverteidiger Beraldo. Dementsprechend rückt Fülkug vor, macht Druck auf ihn, deckt auch den Raum hinter sich ab und so war es halt für PSG schwierig ins Zentrum zu spielen, habe ich ja schon beim Hinspiel besprochen, aber ich wollte jetzt nochmal die klare Zuordnung der Dortmund-Spieler klären, denn das wird gleich noch wichtig. Hier erfolgt nämlich der Dreieraufbau, mal noch wie im Hinspiel mit Nuno Mensch, der dann von Sancho angelaufen wird, während sich Sabitzer an Fabian Ruiz orientiert und das Zentrum so kompakt halten kann. Mensch und Ruiz tauschen dann die Rollen, Sabitzer verteidigt nach vorne und Sancho nach außen. In der Folge öffnet sich im Zentrum Raum für Vitinha, den PSG bespielen kann, wie auch in der folgenden Szene. Sabitzer schiebt hier vor auf Ruiz, Sancho schiebt raus nach außen und zentral ergeben sich dann Räume für wieder Vitinha, der auch wirklich ein sehr starkes Spiel gemacht hat, war aus meiner Sicht in beiden Spielen ein bester PSG-Spieler. Dortmund hatte dann, wie wir hier sehen, zeitweise sechs Mann in letzter Linie, weil eben beide Flügel, links Adeyemi, rechts Sancho, sich neben die Abwehr fallen lassen haben und genau dafür hat man aber so ein bisschen das kompakte Zentrum aufgegeben. Paris konnte so in der ersten Halbzeit erfolgreich um Dortmund herumspielen, in den Halbräumen in den Strafraum eindringen, dann aber durch den kompakten BVB-Block nicht die finale Gefahr erzeugen. Auch weil Mats Hummels eine absolute Masterclass gegen den Ball ablieferte und völlig zu Recht Man of the Match wurde. Der BVB hingegen kam hin und wieder über Umschaltsituationen zu Chancen, die größte sehen wir hier, da war es Adeyemi, der an Donnarumma scheitert, vor allem aber überzeugte man tatsächlich nach Standards. Zweimal kam man mit Völkug als Wandspieler nach Einwürfen zu vielversprechenden Abschlüssen, erst durch Adeyemi und später durch Riason und auch das Tor resultierte letztendlich aus einer Standardsituation. Aus einem Angriff des BVB entsteht die Ecke, da Marquinhos nach Ballgewinn keinen perfekten Pass zurückspielt bzw. Donnarumma sich nicht neben dem Tor anbietet. Brandt bedient mit seiner Hereingabe dann Hummels, der sich gegen den unerfahrenen Beraldo durchsetzt. Doch wie kam der BVB überhaupt von hinten nach vorne, denn sie haben durchaus nach vorne gespielt, zumindest in der ersten Halbzeit, die wir aktuell noch besprechen und da sehen wir bei Dortmund das klare 4-3-3, dass man zuletzt immer gespielt hat in der Champions League, einfach weil es auch gut funktioniert, während PSG das Pressing-Schema im Vergleich zur ersten Halbzeit im Hinspiel angepasst und auch verbessert hat. Da hatte man Rechtsverteidiger Riason ja komplett freigelassen, der den Ball dann immer wieder nach vorne treiben konnte, auch wenn er kurz angespielt wurde. Jetzt liefen sie auch wieder hoch mit klarer Zuordnung an. Dabei haben Mbappé und Ramos die beiden Innenverteidiger zugestellt, Ramos mit seinem Deckungsschatten auch noch Can zugemacht. Die Pariser Doppelsex hat sich an den zwei Achtern Brandt und Sabitzer orientiert und da sie hinten eine Plus-Eins-Absicherung gegen Fölkuk hatten, waren dann noch drei Spieler übrig, die sie mit zwei Spielern decken und zustellen mussten. Dafür haben sich dann Ruiz links und Dembélé rechts zwischen Sechser und Außenverteidiger des BVB orientiert und je nachdem, auf welcher Seite der Ball war, dorthin verschoben. Wird im Laufe der Szene gleich noch verständlicher, aber man merkt dann auch, Dortmund hat sich klar darauf vorbereitet. PSG hat diese Anpassung ja schon zur zweiten Halbzeit im Hinspiel getroffen, da habe ich es nicht so ausführlich angesprochen, aber jetzt sieht man das eben gut, auch wie Dortmund sich darauf eingestellt hat. Kobel täuscht hier nämlich den Ball auf Riason an, spielt dann aber auf Schlotterbeck links. Dementsprechend verschiebt PSG auf die andere Seite, Dembélé schiebt von Can auf Marzen raus, Ruiz von Riason auf Can, wodurch Riason dann frei wird. Ein Schritt weiter, wir sehen Ruiz ist jetzt im Zentrum bei Can, dementsprechend hat Riason Platz, Schlotterbeck spielt die Verlagerung raus auf Riason und rechts vorne ist währenddessen Sancho auch weiter nach innen gezogen, um dann Riason den Raum zu öffnen, um da anzutribbeln. Also das war schon ein klares Muster, das man so geplant hat, um den Ball nach vorne zu treiben. Allerdings verteidigte Mbappé in diesem Spiel ausnahmsweise mal gut mit nach hinten und holte in diesem Beispiel Riason ein, sodass dieser abdrehen musste. Trotzdem sahen wir diesen Pass vor allem von Schlotterbeck noch häufiger, auch wenn er aufgrund der langen Zeit in der Luft nicht ganz so produktiv wie im Hinspiel war. Da hat man ja Riason komplett freigelassen, dementsprechend waren die Wege zu ihm auch deutlich kürzer. Man konnte ihn auch kurz anspielen und dann konnte er einfach den Ball nach vorne tragen. Jetzt waren die Abstände nicht so klein, kurz konnte man ihn nicht anspielen, weil PSG es ja ballorientiert verschoben hat. Und bei diesen hohen Verlagerungen ist der Ball einfach so lange in der Luft, dass er dann zwar ankommt bei Riason, man dann auch im Ballbesitz bleibt, aber die Gegenspieler einfach Zeit haben, um dann wieder auf die Seite rüber zu rücken und das Ganze geordnet zuzustellen. Hummels war gegen den Ball Weltklasse, Schlotterbeck war es mit Ball und initiierte so sämtliche Aktionen des BVB, indem er das Pressing der Pariser überspielte. Gemessen an den Spielanteilen hat er das Dortmunder Spiel enorm stark über Pässe nach vorne gebracht. Klar, im Vergleich zu den PSG-Spielern sieht das jetzt nicht ganz so krass aus, aber wenn man das mal in Relation setzt, wie viel Ballbesitz PSG hatte, wie wenig Dortmund hatte und mit wie viel Druck Dortmund angelaufen wurde, dann sind das echt bemerkenswerte Zahlen von Schlotterbeck. Das zeigt sich nicht nur statistisch, sondern auch mit Szenen aus dem Spiel, bei denen immer wieder gute Ideen von der Dortmunder Mannschaft zu erkennen waren. Wir haben hier erstmal einfach einen klassischen progressiven Pass von Schlotterbeck durch die Mitte auf Füllkug, der dann als Zielspieler den Ball festmachen kann, aber wir haben auch hier beispielsweise wieder einen richtig starken Pass, den Sabitzer dann in den Lauf von Brand klatschen lässt. So kamen die Dortmunder wirklich das ein oder andere Mal gut in dynamische Situationen, auch hier nochmal eine Szene, hier bekommt Schlotterbeck Platz zum Antribbeln und spielt dann den langen Ball in die Tiefe auf Sabitzer nach einer guten gegenläufigen Bewegung mit Füllkrug, der sich davor fallen lässt und durch das Mitziehen Beraldos den Raum steil für Sabitzer öffnet. Dem BVB ist es also gelungen, das Spiel bis zur Halbzeit beziehungsweise dem Führungstreffer ausgeglichen zu halten. Danach wurde man mit und ohne Ball wesentlich passiver, weshalb man eine ordentliche Menge Glück brauchte, um die Null auch in der zweiten Halbzeit zu halten. Schlüsselszene war wohl dieser eine von vielen Pariser Aluminiumtreffern von Zahir Emari, auf denen die Dortmunder Führung und nach und nach die PSG-Drangphase erfolgte, aber wäre der reingegangen, dann wäre es echt nochmal spannend geworden, dann hätte der BVB auch nochmal deutlich mehr mitspielen müssen. Vielleicht wäre ihnen das auch gelungen, so wurde es aber ein ganz anderes Spiel. Hummels trifft auf der anderen Seite und der BVB konzentrierte sich zunehmend eher auf das Verteidigen. Nuno Mendes trifft dann selbigen Pfosten, Asensio den eigenen Mann beim Freistoß und Terzic reagiert dann. Niklas Süle kommt und zeigt die Umstellung auf Fünferkette an. Ich persönlich habe in dem Moment schon gedacht, warum umstellen? Eigentlich, man lässt zwar Chancen zu, aber es ist jetzt nicht allzu drastisch und die Umstellung war dann auch nicht ganz optimal, denn der Druck wurde dann eher noch höher, da man damit seine Zuordnung und das aktive Anlaufen des Ballführenden aufgibt und sich nur noch auf das tiefe Verteidigen im 5-4-1 fokussiert hat. Klar, man kann das letztendlich nicht nur auf diese Umstellung zurückführen, PSG hätte so oder so dann den Druck erhöhen müssen, aber ich hatte dann den Eindruck, dass man auch den Zugriff gegen den Ball komplett verloren hat. Man war teilweise mit sechs Mann wie hier in letzter Linie und gab so das Zentrum freier wie zuvor, weil vor der Umstellung hattest du da meistens vier Mann, so war es dann noch ein bisschen offener. Dementsprechend wurde es dann schwieriger, man kann natürlich auch damit argumentieren, dass den Dortmund-Spielern langsam die Kräfte ausgingen, dementsprechend konnte man auch nicht mehr so wie am Anfang anlaufen, ist natürlich auch logisch und auch vielversprechende Umschaltsituationen spielte man unsauber aus und konnte sich fast überhaupt nicht mehr befreien. Marquinhos köpft dann vorbei, Mbappé scheitert an Kobel und Vivi Tinja am Querbalken. Letztendlich stand trotz aller Chancen vom PSG, trotz aller Expected Goals die Null und so ist es dem BVB mit einem reifen Auftreten gelungen, das Spiel trotz Anpassungen des Gegners über drei Halbzeiten völlig ausgeglichen zu halten. In der vierten Halbzeit brauchte es dann auch ein wenig schwarze Magie von Terzic, aber das Glück brauchst du auch, um deine starke, zuvor erbrachte Leistung über die Zeit zu bringen und das Unmögliche möglich zu machen mit dem Einzug ins Champions-League-Finale 2024 in Wembley. Jetzt heißt es Daumen zu drücken, zumindest meiner Ansicht nach, dass die Bayern es schaffen, dass wir ein deutsches Finale bekommen. Das wäre einfach nur übertrieben geil und eine absolute Sensation. Aber was sagt ihr? Schreibt mir gerne eure Meinung zum Spiel in die Kommentare. Lasst mir gerne ein Like oder Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!